Da, Barry Sheen aus England. Dieter Dammler berichtet vom Nürburgring. Als in der langen Nacht vor dem Renntag Feuerwerkskörper die Stimmung rund um den 22,8 Kilometer langen Eifelkurs anheizten, waren dem Veranstalter zwei superlative Suppen viel sicher. Der große Preis von Deutschland würde mit einem Meta von einer Dreiviertelmillionen Mark, das bisher teuerste Motorradrennen und mit Rundenzeiten um 8,5 Minuten, das schnellste in der nationalen Chronik sein. Zuvor aber stellte man die Gladiatoren mit Pauken und Trompeten vor, jene beiden, die noch Weltmeister werden konnten. Kenny Roberts, Kalifornier, 26 Jahre alt, erste Saison in Europa, Spitzenreiter der Halbdieter-Klasse mit 100 Punkten. Der Regine, Britte, 27 Jahre alt, Weltmeister dieser Klasse 1976 und 77, Titelverteidiger, nur 8 Punkte hinter Roberts. Ein Sieg bringt 15 Punkte, ein Rennen also, in dem zwischen beiden alles offen ist. Um die Mittagszeit bei Temperaturen um 25 Grad, 100.000 Zuschauer am Kurs, das sind mehr als beim großen Preis von Deutschland der Formel 1. Trainingsschnellster Johnny Cicotto, der Rundenrekordhalter auf Yamaha. Neben ihm Kenny Roberts, sein Markengefährte, dann Virginio Ferrari, Michel Rougerie, Will Hartog und Titelverteidiger Berichin, alle Suzuki. 14 von 47 Startern im Training, schneller als der Rundenrekord. 47 Starter, acht, steigen! Bester Starter ist Nummer 12, Virginio Ferrari, vor Nummer 4, Johnny Cicotto und Kenny Roberts. Der Regine auf Rang 7. Distanz des letzten Weltmeisterschaftslaufes, sechs Runden auf der 22,8 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings, jener Strecke, die aus Gründen der Sicherheit seit zwei Jahren von den Formel 1 Fahrern boykottiert wird. Für die Mehrzahl der Motorradstars immer noch eine der schönsten Rennstrecken der Welt. Trotz der Führung von Virginio Ferrari kann die Entscheidung in diesem Rennen, wie gesagt, nur zwischen Berichin und Kenny Roberts fallen. Doch im Kampf um weitere Platzierung bewegen ein halbes Dutzend prominenter Lenker ihre 120 PS-Rösser. Steve Baker, Takatsumi Katayama, Michel Roucherie, Toivo Lenzuori und last not least Johnny Cicotto. Runde 2 von sechs zu fahrenden. An der Spitze des Feldes, das sich jetzt schon weit auseinandergezogen hat, Virginio Ferrari auf einer Halbliter Suzuki, vor Johnny Cicotto auf Yamaha und Kenny Roberts, ebenfalls Yamaha. In dieser Runde verbesserte Virginio Ferrari den alten Grundrekord von Johnny Cicotto um 26,5 Sekunden. Die von den Spitzenfahrern praktizierte Schräglage ist sicherlich auf die äußerliche Gestaltung neuer Reifen zurückzuführen. Seit einiger Zeit werden auch von den Motorradfahrern ausgesprochene Slicks mit völlig waagerechter Aufstandsfläche verwendet. Weiche Gummihaftungen sorgen in diesen Burgen für eine extreme Bodenhaftung. Runde 4 an der Spitze des Feldes, jetzt wieder Johnny Cicotto Nummer 4 aus Venezuela. Dicht hinter ihm Virginio Ferrari, dann mit Abstand schon Kenny Roberts. Auf Platz 4, hier sehen Sie den großen Abstand, weiterhin Berichin, der jetzt nur noch auf einen Ausfall von Roberts hoffen kann. In dieser Runde holte sich Cicotto dann seinen runden Rekord zurück. 1,9 Sekunden war er schneller als Ferrari. Die Yamaha von Cicotto ist eine Vierzylinder-Zweitaktmaschine mit einer Leistung von 120 PS bei 12.000 Umdrehungen pro Minute. Der Benzinverbrauch 30 Liter auf 100 Kilometer, Gewicht 140 Kilogramm, Spitze 280 Kilometer pro Stunde. Kurz vor Beginn der letzten Runde überholte Virginio Ferrari Nummer 12 hier seinen Konkurrenten Cicotto und führte nun das stark verkleinerte Feld in die letzte Runde. Inzwischen hatte Ferrari sich den runden Rekord zurückgeholt. Von 8 Minuten 59,9 Sekunden auf 8 Minuten 29,5 Sekunden, um mehr also als eine halbe Minute, ist damit die Bestmarke gesenkt worden. Zwei erwartete Superlative hat dieser Renntag bestätigt. 100.000 Zuschauer, mehr als in Aachen, München oder sonst wo und das schnellste Motorradrennen in der Geschichte des Nürburgrings. Ferrari vor Cicotto und mit 18 Sekunden Rückstand Kenny Roberts, das war der Einlauf nach sechs Runden. Berichin, Rang 4. Virginio, Ferrari hat mit seinem Sieg und Rundenrekord neue Akzente gesetzt. Weltmeister dieser Klasse aber wurde erstmals ein Amerikaner. Kenny Roberts aus Kalifornien vor Berichin und Johnny Cicotto. Der Bageboot hat keinen Hinmoment, nixer.